Weißt du, wie man ohne Haken, sondern nur mit einem Stück Schnur Fische fangen kann? Ich auch nicht. Deswegen war ich Brandungsangeln auf der Ostsee. Dafür stellt man dann diese 5 bis 7 Meter großen Brandungsruten auf und wirft die Montage mit 150 Gramm schweren Bleien bis zum Horizont. Denn ganz dahinten stehen meist die wirklich dicken Fische. Bald bekam ich auch schon den allerersten Biss. Leider war das nur ein kleiner, giftiger Knurrhahn. Den muss man natürlich besonders vorsichtig behandeln und den habe ich auch schnell wieder freigelassen.